Hallo und herzlich willkommen zu unserem Lagerupdate aus dem Kreishaus Leer für Mittwoch, den 17. Juni 2020. Insgesamt hat sich die Fallzahl um 1 erhöht auf 147. Genesen sind 136 Personen. Infiziert sind aktuell noch 6. Verstorben sind leider 5. Die Zahl hat sich um einen Fall erhöht. In Quarantäne befinden sich zurzeit 35 Personen. Es wird sich diese Zahl aber erhöhen durch den neuen Fall, den wir dazubekommen haben. Es ist ja immer so, dass die dann auch in Quarantäne genommen werden. Ja, was gibt es zu berichten? Eine neue Verordnung. Das Lande steht an. Hier haben wir die Entwürfe jetzt zur Ansicht bekommen und müssen uns Gedanken machen, wie wir darauf reagieren. Wir werden die Allgemeinverfügung für Tagestouristen nicht weiter verlängern, sodass dann ab nächsten Montag Tagestouristen auch auf Borkum wieder zugelassen sind. Insofern gibt es eine Menge zu tun. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Bleiben Sie gesund. Ihr Matthias Brote